hallo zusammen hallo freunde heute mache ich mal wieder was mit kugeln ich lasse die kugeln über das bild laufen nicht erschrecken gleich am anfang die farbe muss ich erst ein bisschen legen und dann fangen die kugeln an zu rollen also nicht gleich wieder abschalten ich habe das alles mit wodka angerührt und dann lasst euch überraschen ich denke mal es wird gut dann bis gleich so der keilrahmen ist auch wieder 40 auf 30 cm habe hier praktisch noch die farben vom letzten bild also wer es noch nicht gesehen hat schwarz gold dieses danker gold turkise grün silber habe jetzt hier noch magenta dazu genommen und dieses snap glass yellow und ein bisschen weiß wie gesagt alles mit wodka angemischt und dann probieren wir das mal mit den kugeln so Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war's. Dann zeige ich es euch jetzt mal von nahem. Ich mach vielleicht hier noch was rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Also gut. Also gut. Also ich find's ganz cool geworden. Hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis die Farbe sich gesetzt hat, damit die Kugeln anfangen zu rollen. Aber dann funktioniert das auch. Also gut. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das war's.